Ich beschäftige mich mit dem Solinger Tageblatt von Freitag, den 15. November. Das ist diese Zeitung hier und zum Titelbild heißt es, Abschied Uli Hoeneß tritt als Bayern-Präsident ab. Einst Profi, später Manager-Ikone Uli Hoeneß wollte den FC Bayern immer durchs große Tor verlassen und den Wunsch erfüllt ihm sein Verein. Die Münchner Olympiade hat der FC Bayern angemietet, um den 67-Jährigen nach 40 Jahren als Manager und Präsident auf großer Bühne zu verabschieden. Heute Abend zieht sich der Patron hochoffiziell zurück, zumindest von seinen Ämtern. Die Weichen für die Zukunft hat er noch gestellt. Tschüss.